Grindelie Die Grindelie ist eine geblende etwa 1 m hohe Pflanze mit hohem Harzanteil. Sie ist in Nordamerika heimisch und von der Gattung gibt es Bär 50 Arten, die allerliche Wirkungen haben. Bei den Indianern und des Beteer bei den Siedlern war die Grindelie eine beliebte Heilpflanze gegen viele Krankheiten und ein Gegengift. Hauptanwendungen Asthma, Hautauschelge, Husten, Heilwirkung Antibakteriell, beruhigend, blutreinigend, entzündungshemmend, harntreibend, krampfelabsatzzeichen sind, lindernd, schleimelabsatzzeichen sind, spasmolytisch, Anwendungsbereiche Asthma, Atemwegserkrankungen, Blasenentzündung, Bronchitis, Dermatitis, Halsschmerzen, Hautauschelge, Husten, Keuchhusten, Magen, Milz, Nierenleiden, K-Ämpfe, Parasiten, Rheuma, Tuberkulose, Wunden, wissenschaftlicher Name. Grindelia robusta Pflanzenfamilie Korbelknütze, Asteracee Englischer Name Great Valley Gambit, Gambit Volkstmlicher Name Grindelia, Grindelia Verwendete Pflanzenteile Wurzel, Stängelspitzen mit Bluten und Beereltern Inhaltsstoffe Terechili, Bitterstoffe, Teterpene, Gerbstoffe, Grindelia's Uge, Harz, Kampfruliter, Luthiolin, Matricanol, Terpensaponine, Vanillinsure Sammelzeit Mai und September Nebenwirkungen Selten Reizungen der Magenschleimhaut Tee 1 Essl-Absatzzeichen Ein Fehl auf 250 Milliliter Haieswasser, 10 Minuten ziehen lassen und abseihen Der bittere Tee hilft bei Asthma, Husten und Träumer Abkochung Eine Abkochung der Wurzel hilft gegen L-Use und ist als Haarpflegermittel geeignet Pflanzenbrei Der frische Pflanzenbrei der Grindelia kann als Umschlag auf enzendete oder juckende Hautstellen aufgetragen werden Horm-Absatzzeichen-Opathy Zubereitungen gegen Bronchitis Geschichtliches Seit vielen Jahrhunderten wird die Pflanze in der nordamerikanischen Volksheilkunde gegen Krankheiten eingesetzt, auch als Gegengift bei Gifzomek-Vergiftungen Dabei hinaus wurde die Pflanze auch zum Erben, gegen L-Use und zur Haarpflege genutzt In Europa wird diese Grindelia in den letzten Jahrzehnten immer Absatzzeichen von Liebhabern als Zierpflanze angebaut Neuerdings findet sie sich auch in KR Utergarten zu Heilzwecken Pflanzenbeschreibung Grindelie Die Grindelie ist im Westen von Nordamerika heimisch Sie WCHSD bevorzugt auf trockenen B-Absatzzeichen denn und ist frosthalt Die zweijährige Schrägstrich mehrige Pflanze wird zwischen 60 und 120 cm hoch Die B-Elder sind grob und geht's HNT Die Bluten erscheinen zwischen Mai und September Die gelben Blutenk-Absatzzeichenpfe haben einen Durchmesser von 4-5 cm An den Blutenkelchen bildet sich ein Harz Aus den Bluten entwickeln sich bis in den SP-Tabs die Samen Anbautipps Die Samen im Herbst- oder Flingen-T-Absatzzeichenpfen aus ein und nur leicht mit Erde bedecken Im Geekshaus- oder Fensterbrett keimen lassen Die Pflanzen pikieren und im Hohn-Sommer auspflanzen Ist das klimagünstig, so kann man auch im Hohn-Fling direkt ins Freiland aus N Die Samen keimen bei etwa 17 Grad Zeichen C Die Grindelie mag trockenen Boden kommt aber auch mit feuchten B-Absatzzeichen denn klar Die Grindelie kommt gut mit N-stuff-armen B-Absatzzeichen denn klar Die Pflanze mag volle Sonne und W-C-H-S-D nicht im Schatten Sammeltipps Die Stängelspitzen mit den Bluten nur bei voller Blute ernten und an einem luftigen, schattigen Ort trocknen Die Stängelspitzen mit den Bluten und W-C-H-S-D nicht im Schatten